Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen. Wie ihr seht, habe ich mich immer noch nicht rasiert, wie ich es euch versprochen hatte am letzten Video. Aber ich lasse mich jetzt verwildern. Ist mir scheißegal. Hauptsache zocken und Videos machen. Heiliger Jesus im Himmel! Was ist das für eine verdammte Mickey Maus Scheiße auf meiner Stube? Sie, Private! Was machen Sie da? Zocken, Sir! Hier wird nicht gezockt. Hier wird nicht geschnitten. Hier wird gekillt. Für Jesus und unser geliebtes Marine Corps. Habt ihr Maden das verstanden? Jawohl, Sir! Bullshit! Ich kann euch Maden nicht hören. Habt wohl alle nur Luft im Sack? Jawohl, Sir! Finden Sie mich komisch, Private Senseless? Treibe ich Ihnen die Lachfalten ins Gesicht? Nein, Sir! Nein, Sir! Was? Der Private findet den Sergeant nicht komisch, Sir! Sie merke ich mir vor! Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Und nun raus hier! Und rasieren! Sonst scheiß ich Ihnen in den Hals! So, dann bin ich mir noch frisch rasiert und kann alles ein dummes Maul halten. Wer hat das gesagt? Private Senseless! Das ist wohl ein verkappter Komiker! Wie? Gunrunner! Was nehme ich hier? Die AK? Ich muss die AK? Geht die überhaupt noch weiterzulängen? Das ist nicht der Fall. Ja, ja, aber das ist nicht der Fall. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin jetzt nicht aufgepasst. Hauptquartierer, so. Ach 57, die AK KPS bis 57. Ihr H***er! Hat der auch noch gewonnen, das dumme Schwein! Hat der auch noch gewonnen, das dumme Schwein! Ist das nur wieder weg? Wtf?! Ey, alter! Dieses Drecks***spiel, ey! So ein Müll. Also mehr als 10 in die Fresse gucken kann ich ja nur hoch nicht, um zu gut zu schlagen. Ah, ganz genau. Ach, der Weg, doch, doch. Wo ist der scheiß Hubschrauber? Was? Da geht schon ein Pachwunder. Hä? Das ist doch scheiße. Ey, siehst du... Alter! Hm? So ein verfickter Camper hier. Das ist viel zu eng. Ja. 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 Schade. Oh, rechts war auch neun. Aber da konntest du ja bloß auf einen schießen. Ja, ja. Man kann eben nicht auf alle schießen. Das ist das Problem. Das ist es bei mir manchmal. Das bricht mir manchmal. Ich kann mich doch nicht entscheiden. Oh, was rennt ihr da weg? Idiot! Oh, weißer Phosphor. Hast du? Hab ich ja. Nach dem Spiel komm ich schon mit. Das... Wir haben jetzt schon eine Hälfte. Ah, okay, okay. Äh, okay. Wie hab ich mich selber umgebracht? Oh, aber ich kille dann ein paar mit dem weißen Phosphor. Krass. Das hab ich noch nie gehabt. Scheiß Ding. Oh, ich hab's ja noch nicht eingestellt. Alter, was ist das? Keine Ahnung. Ich geh hier. Ich muss kurz um drauf gehen. Oh, Steinungsbomber. Ach. Aber, ey. 156 zu 0. Ja, ja. Viel Gas müssen wir nicht mehr geben. Viel Gas müssen wir nicht mehr geben. Und, da ist doch gar nichts mehr. What the fuck? Ey, ich... Krieg hier zu viel. Ich spawn aber halt auf jeden Fall an dieser Treckscheiße. Lass mal nachladen hier. Oh. Die Ratter. という. Hoi. Oh, Kumpels, alles Kumpels, Mann. Nein, nein. Ich hab ja alles, Mann. Hallo, Jungs. Dreifach Abschuss, Alter. Nice. Jetzt muss ich mein Vestpaket noch, ich muss zugucken. Scheiße, ich krieg mein Vestpaket nicht mehr. Jo, wir zwei weg. Fünfmal Radar. Aha. Oh, ja. Genauso, so land ich meistens auch. Zwei Meter neben den Gegnern. Und denkst du, da wird ein Toter angezeigt? Ipperwaren. Frederik Scheiße. Hahaha. asp E20